My dear, I'm sure Count Dracula will excuse you. India is a developing country. Lohnen Be worth it. Dabei kann sich ein Retrofit der bestehenden Steuerung lohnen. When doing so, it may be worthwhile to retrofit the existing control system. Optisch Optical visual Optical visual Und optisch korrespondieren diese wunderbar mit den vorderen Kühlrippen. And there is a wonderful optical correspondence with the front cooling fins. Militärisch Military Military Sie werden militärisch und politisch-europäisch geführt. They are led by European military commanders and politicians. Mühe Effort Trouble Effort Trouble Wir haben uns viel Mühe gegeben, unser neues Haus zu putzen. We went to a lot of trouble to clean our new house. We went to a lot of trouble to clean our new house. Unterbrechen Interrupt 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 Darf ich euch unterbrechen? May I interrupt you? May I interrupt you? Grundlegend Basic Fundamental Basic Fundamental Fundamental Die Mathematik ist grundlegend für jede Wissenschaft. Math is fundamental to any science. Boat 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 Ich wünsche mir ein Boot, das mich weit weg von hier bringt. Dutzend Ich habe heute ein Dutzend Bleistifte gekauft. I bought a dozen pencils today. I bought a dozen pencils today. Zurückziehen Der Sponsor sollte seinen Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung zurückziehen dürfen. == Klopfen == The sponsor should be allowed to withdraw the application for authorization of a clinical trial. The sponsor should be allowed to withdraw the application for authorization of a clinical trial. == Klopfen == Knock! Beat! Knock! Beat! Knock! Knock! Klopfen Sie bitte vor dem Eintreten. Please knock before entering! Please knock before entering! Nachweisen Proof! Proof! Außerdem müssen Sie Deutschkenntnisse nachweisen können. You must also be able to prove a knowledge of German. You must also be able to prove a knowledge of German. === Wolke === Cloud === Eine Wolke schwebte über den Himmel. A cloud floated across the sky. A cloud floated across the sky. Open! Open! Dürfte ich den Vorhang aufmachen? May I open the curtain? May I open the curtain? Trennstellen kennzeichnen Übergänge zwischen unterschiedlichen Kabelsträngen Inline connection points mark transitions between different cable harnesses Jugend Youth Youth Die Jugend ist ganz versessen auf Technik The youth is in love with technology Wundern Be surprised, wonder Be surprised, wonder Überrascht sein, sich wundern, heißt anfangen zu verstehen To be surprised, to wonder, is to begin to understand Interpretation 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 Außerdem kann die Interpretation der Simulationsergebnisse kompliziert werden Moreover, the interpretation of the simulation results can become difficult Moreover, the interpretation of the simulation results can become difficult Leber Liver Liver Es unterstützt Leber, Augen, Nieren und stärkt Muskeln und Knochen Supports Liver, Eyes, Kidneys and strengthens Muscles and Bones Supports Liver, Eyes, Kidneys and strengthens Muscles and Bones Stellung Position Standing Position Standing Die Kugelhöhne sind in dieser Stellung halb geschlossen In this position, the ball valves are half closed In this position, the ball valves are half closed Aufheben Pick up, keep, lift Pick up, keep, lift Zunächst musst du Raketen aufheben und sie aufs Schlachtfeld transportieren First, you will pick up and transport missiles on the battlefield First, you will pick up and transport missiles on the battlefield What is an evenly distributed load? »Heilig«, »Holy«, »Holy«, »Ist dieses Tier heilig«, »Is this animal holy?« »Umfang«, »Circumference, Size, Extent, Length«, »Circumference, Size, Extent, Length«, »Doch inzwischen hat das Projekt einen enzyklopädischen Umfang angenommen. »However, in the meantime, the project has accepted an encyclopedic extent. »Beobachtung«, »Observation«, »Observation«, »Wissenschaft basiert auf äußerst sorgfältiger Beobachtung«, »Science is based on very very careful observations. »Science is based on very careful observations. »Erfinden«, »Invent«, »Invent«, »Was ein Mensch erfinden kann, kann ein anderer entdecken. »Erfordern«, »What one man can invent, another can discover.« »Erfordern«, »Require, demand«, »Require, demand«, »Science is based on very careful observation. »Speakhandlung«, » These require careful handling.« »Gebrauch«, »Use«, »Use«, »Se to beware.« »Gebrauch«, »Use«, »Use«, »Use«. »Der Vertrag verbietet den Gebrauch chemischer Waffen«, »Use« und »Use«, »Use«, »Ise«, »Use«, 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 »Use«. The treaty bans the use of chemical weapons The treaty bans the use of chemical weapons Landtag Parliament Gegenüber der Landesregierung besitzt der Landtag umfangreiche Kontrollmöglichkeiten Compared to the state government, the state parliament has extensive powers Verkehr Traffic Verkehr ist ein bedeutendes städtisches Problem Traffic is a major urban problem Aufhalten Stop! Hold up! Delay! Er kann uns nicht aufhalten She can't stop us She can't stop us Schneiden Cut 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 Dieses Messer wird zum Schneiden von Fleisch verwendet This knife is used to cut meat This knife is used to cut meat Kauf Purchase 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 Das ging Öl Das Öl wurde aus Oliven gewonnen – Oil is extracted from olives – Betrag – Amount – Amount – Ich stelle dir diesen Betrag in Rechnung – I'm charging this amount to your bill – Herauskommen – Rauskommen – Come out – Come out – Die Übersetzung bedeutet leicht vorübergehen oder herauskommen ohne Absicht. – The translation means to go by or come out unintentionally easily. – The translation means to go by or come out unintentionally easily. – Fahrrad – Bicycle – Bicycle – Wem gehört dieses Fahrrad? – Whose bicycle is this? – Whose bicycle is this? – Koordination – Coordination – Coordination – In einer Koordination von Bewegungen bewegten sich Schimpansen mit Leichtigkeit von Ast zu Ast. – In a coordination of movements Chimpanzees moved with ease from branch to branch In a coordination of movements Chimpanzees moved with ease from branch to branch == Nutzung == == Use == Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel hat um 50% zugenommen. == Use of public transport has increased by 50% == Park == Es gibt einen schönen Park im Stadtzentrum. == There is a nice park in the center of the town. == Resultieren == Result == Result == Mehr als 30% aller Treibhausgasemissionen weltweit resultieren aus dem Bauwesen. == Schmecken == More than 30% of all greenhouse gas emissions worldwide are the result of construction work. == Schmecken == More than 30% of all greenhouse gas emissions worldwide are the result of construction work. == Schmecken == == Schmecken == == Taste == == Taste == Diese Äpfel schmecken gut. == These apples taste good == == Schmecken == == Schmecken == == Schmecken == == Starren == Stare == Neugierige Kinderstarren fasziniert durch verglaste Schachttüren in den Aufzugschacht. == Repasse == == Verpassen == Miss Miss Verpassen Sie nicht diese Chance, denn es fällt ganz selten. Do not miss this chance, since it falls out quite rarely. Do not miss this chance, since it falls out quite rarely. Vorwerfen Man könnte Ihnen vorwerfen, dass sich mit Ihren Auftritten in Afrika nichts ändert. Bauch Belly Nur am unteren Bauch abzunehmen ist unmöglich. Losing weight only from your lower belly is impossible. Losing weight only from your lower belly is impossible. Verkauf Wenn es nicht zum Verkauf steht, bewerben Sie es auch nicht. If it's not for sale, don't advertise. Vorbereitung Eine gute Vorbereitung hilft eine verpatzte Vorstellung verhindern. == Ausrichten == Prior preparation prevents poor performance == Ausrichten Ausrichten Tell Align Line up Send Tell Align Line up Send Sie müssen es mehrere Dutzend Male am Tage ansetzen, ausrichten und abnehmen. Rühren You must apply it several dozens of times a day, align it and remove it. Stir Stir Move Stir Move Beides unter das Mango chutney rühren und zu den Hähnchen Nuggets servieren. Stir Move Both into the Mango Chutney and serve with the Chicken Nuggets. Stir Both into the Mango Chutney and serve with the Chicken Nuggets. Trend Trend Aktuelle Marktzahlen belegen einen stark wachsenden Trend für voll-elektrische Maschinenkonzepte. Current Market Figures demonstrate a strongly growing trend for all-elektrische Maschine Concepts. Current Market Figures demonstrate a strongly growing trend for all-elektrische Maschine Concepts. Aktivieren Mobilize Activate Mobilize Activate Activate Null-Drücken zum Aktivieren der Anruferliste Press 0, to activate the callers list Press 0, to activate the callers list Mechanismus Mechanism 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 Endlich begriff ich den Mechanismus der Blüte. At last I understood the mechanism of the flower. At last I understood the mechanism of the flower. At last I understood the mechanism of the flower. Nutzen Benefit. Profit. Use Welche Kreditkarten kann ich nutzen? Which credit cards can I use? Hose Trousers Pants Die Hose ist zu groß These trousers are too large Lügen Lie Sie lügen You're lying You're lying Ansetzen Position Estimate Fix Schedule Lasst uns für Anfang nächster Woche eine Besprechung ansetzen Let's schedule a meeting sometime early next week Arabisch 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 Arabic Arabisch ist meine Muttersprache Arabic is my mother tongue Arabic Is my mother tongue Mischen Mix Blend Mix Blend Mischen sie Mehl mit zwei Eiern Mix the flour with two eggs Mix the flour with two eggs Beruhen Be based Be based Be based Be based Seine Schlussfolgerungen beruhen auf unbewiesenen Annahmen Japan His conclusions are based on unproven assumptions His conclusions are based on unproven assumptions Japan 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 Harte Arbeit hat Japan zu dem gemacht, was es heute ist Hard work has made Japan what it is today Hard work has made Japan what it is today Hard work has made Japan what it is today City City Center City Center Die Künstlerin baut diese Vertical City, die aus relativ wenigen Wolkenkratzern bestährt, nach The artist recreates this vertical city which consists of a relatively small number of skyscrapers The artist recreates this vertical city which consists of a relatively small number of skyscrapers Klausur Exam Exam Schriftliche Klausur am Ende der Lehrveranstaltung Written exam at the end of the course Written exam at the end of the course Written exam at the end of the course Innen Inside Inside Decken mit schönen Sabina Holzbalken innen und außen unterstreichen den ibizenkischen Stiel Ceilings with beautiful Sabina wooden beams inside and out underline the ibizen style Ceilings with beautiful Sabina wooden beams inside and out underline the ibizen style Membran Membrane Membrane PVC-membran auf Rolle gewickelt durch gewebte Tasche PVC-membrane on roll wrapped by woven bag PVC-membrane on roll wrapped by woven bag Metall Metal 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 Ist es aus Holz oder aus Metall angefertigt? Is it made of wood or metal? Is it made of wood or metal? Netzwerk Network 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 Die Software durchsucht nun kurz Ihr Netzwerk nach bereits angeschlossenen Druckern The software will now briefly search your network for any printers already connected. Systematisch Systematisch Russland systematisch blendet Informationen in diesem Fall. »Russia systematically hides information in this case«. »Technologie« »Technologie« »Was ist der Vorteil dieser Technologie?« »Was ist der Vorteil dieser Technologie?« »Trennung« »Separation« »Daher war diese Trennung strategisch absolut richtig« »Consequently, this separation was absolutely correct from a strategic point of view« »Consequently, this separation was absolutely correct from a strategic point of view« »E-Mail« E-Mail Bestehende Partner können an ihren Kundenbetreuer eine E-Mail schreiben. Our existing partners can write to the E-Mail address of their contact person. Join in. Take part. Können wir mitmachen? Can we join in? Can we join in? Manager 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 Der Manager lobte seine Verdienste. The manager complimented him on his achievement. The manager complimented him on his achievement. Oma Grandma Grandma Oma schaut gerne Fernsehen. Grandma likes watching TV. Grandma likes watching TV. Umfrage 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 Survey Survey Die Ergebnisse der Umfrage werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. – The results of the survey will be announced in due course. – Operation – Surgery – The surgery is quite difficult – The surgery is quite difficult – Probe – Sample – Test – Rehearsal – Sample – Test – Rehearsal – Er brachte die Probe zu seinem Kollegen – He took the sample to his co-worker – He took the sample to his co-worker – Bedienen – Serve – Operate – Das war alles, was er brauchte, um seinen Computer zu bedienen. – That was all he needed to operate his computer. – Mut – Courage – Du brauchst ein bisschen Mut, um zu sagen, dass du ihn liebst. – You need a bit of courage to say that you love him. – Nachhaltig – Lasting – Sustainable – Lasting – Sustainable – Der Erste und Zweite Weltkrieg haben Deutschland nachhaltig geprägt. – The first and second world wars had a lasting impact on Germany. – The first and second world wars had a lasting impact on Germany. – Zusehen – Watch – Watch – Watch – Und ihr Kind wird zusehen müssen. – And your child will have to watch it. – And your child will have to watch it. – Bevorzugen – Prefer – Prefer – Die Männer bevorzugen Blondinen – Gentlemen prefer blondes – Gentlemen prefer blondes – Hierzu – With it – Concerning this, for this, about this – Hierzu muss der Verkäufer etwaige Verträge über die Beförderung abschließen. – For this to be the case, the seller must conclude any contracts of carriage. – For this to be the case, the seller must conclude any contracts of carriage. – Fischer – Fisher – Fishermen – Fishermen – Fishermen – Fischer benutzen Netze – The fishermen are using nets – The fishermen are using nets – Ruf – Reputation – Call – Reputation – Call – Ich ruf dir ein Taxi – I'll call you a cab – I'll call you a cab – Überlegung – Thought – Thinking – Thought – Thinking – Natürlich liegt diesem Glauben eine rationale Überlegung zugrunde. – Of course, this belief is based on rational thinking. – Begegnung – Encounter – Meeting – Encounter meeting Diese Kultur der Begegnung ist die Herausforderung. To promote the culture of encounter is the challenge. To promote the culture of encounter is the challenge. Schlag Blow Blow Das war ein Schlag für uns It was a blow to us It was a blow to us Daraufhin As a result Sämtliche Verhandlungen mit der representativen Gewerkschaft wurden daraufhin eingestellt As a result the administration ceased all negotiations with the representative union As a result the administration ceased all negotiations with the representative union == Handlung == Action Plot Jede Handlung hat ihre Folgen Every action has its consequence Every action has its consequence Every action has its consequence What brand do you prefer? Angreifen Attack Attack Burgen anderer Spieler angreifen und zerstören Attack fortresses of other players and destroy them Attack fortresses of other players and destroy them Finanzieren Finanzieren Finance Wir finanzieren Akquisitionen Bankenunabhängig und sind zügig handlungsfähig We finance acquisitions independent from banks and are able to decide and act quickly Freilich Of course Ein solches Vorhaben hat freilich ein revidiertes Budget erforderlich gemacht Such a project has of course demanded a revised budget Such a project has of course demanded a revised budget Hinsicht Respect Respekt Jede Gesellschaft hat ihren eigenen Glauben In dieser Hinsicht ist bürgerlich keine Ausnahme Any society has its own beliefs Civil in this respect is not an exception Any society has its own beliefs Civil in this respect is not an exception Schlüssel Key Key Das ist der Schlüssel, nachdem ich gesucht habe This is the key which I have been looking for Deuten Point Indicate Interpret Point Indicate Interpret Kleine Fischerhütten am rechten Ufer deuten auf ertragreiche Fischgründe hin Small Fisherman's Huts on the right bank indicate profitable fishing grounds Small Fisherman's Huts on the right bank indicate profitable fishing grounds Glatt Smooth Slippery Smooth Slippery Beschreibung Holzständer, dunkel und glatt ausgearbeitet Description Wooden Stand with a dark, smooth finish Description Wooden Stand with a dark, smooth finish Schrecklich Terrible Terrible Ich fühle mich schrecklich deswegen I feel terrible about it I feel terrible about it Weich Soft Soft Sein Fell ist so weich und fluffig His fur is so soft and fluffy His fur is so soft and fluffy Klinik Klinik Hospital Klinik Hospital Suchen Sie eine Klinik oder einen Arzt Are you looking for clinic or doctor? Are you looking for clinic or doctor? Bedeutend Important, significant Important, significant Diese Sektoren müssen als wirtschaftlich, sozial oder ökologisch bedeutend gelten These sectors must be considered important for economic, social or environmental reasons These sectors must be considered important for economic, social or environmental reasons Organ 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 Die Klitoris ist das empfindlichste Organ einer Frau The clitoris is the most sensitive organ of a woman The clitoris is the most sensitive organ of a woman Besprechen Discuss 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 Gleichzeitig besprechen wir warum eine bestimmte Situation funktioniert und warum andere nicht Do not At the same time we discuss why a particular situation works and why others do not At the same time we discuss why a particular situation works and why others do not == Oberfläche == == Surface == Seine Oberfläche war glatt wie ein Spiegel Its surface was as flat as a mirror Standort Site Location Site Location An diesem Standort werden wichtigste Sicherheitslösungen für die deutsche Eventbranche entwickelt Zufall At this location very important security solutions for the German event industry are developed Zufall Chance Coincidence Chance Coincidence Coincidence Chance Coincidence Chance Coincidence Es war reiner Zufall, dass er das Spiel gewann It was pure Chance that he won the game Armee Army Unsere Armee hat das Königreich überrascht »Our army took the kingdom by surprise«, »Kräftig«, »Strong«, 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 »Im ganzen Land profitieren wir von der kräftig wachsenden Baukonjunktur. We benefit the whole country from the strong growth in construction. Nerve Nerve Eine Ursache für einen eingeklemmten Nerv ist Calciummangel. One of the underlying factors of a pinched nerve is a Calcium deficiency. One of the underlying factors of a pinched nerve is a Calcium deficiency. Niederlage Defeat Defeat Sowohl Sieg wie Niederlage sind für einen Soldaten nur Alltäglichkeiten. Both victory and defeat are but an everyday occurrence to a soldier. Termin Appointment Date Mach einen Termin mit ihm aus. Make an appointment with him Make an appointment with him Angenehm Pleasant Pleasant Es ist angenehm, ihrer Stimme zuzuhören. His voice is pleasant to listen to. His voice is pleasant to listen to. Synthese Synthesis Ihr Gedanke erhob sich sogleich als demokratische Synthese über beide Demonstrationen. Their thoughts immediately soared above both demonstrations in the form of a democratic synthesis. Drama 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 Das ist ein großartiges Drama, genau wie wir es mögen. Konsum Konsum Er ist strikt gegen jede Art von Alkohol-Konsum vor Einbruch der Dunkelheit. He's entirely opposed to the consumption of any alcohol before nightfall. Vorschrift Instruction Regulation Instruction Regulation Diese Vorschrift tritt vom nächsten Jahr an in Kraft. This regulation will take effect from next year. This regulation will take effect from next year. Winzig Tiny 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 Wir haben nur einen winzig kleinen Garten. We have just a tiny bit of garden. We have just a tiny bit of garden. We have just a tiny bit of garden. Flug Flight 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 Entschuldigung. Der Flug ist bereits voll. Sorry, the flight is already full. Sorry, the flight is already full. Sorry, the flight is already full. Holz Wood Wood Trockenes Holz brennt gut Dry wood burns quickly Dry wood burns quickly Künstlerisch Artistic 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 Bist du künstlerisch veranlagt? Are you artistic? Are you artistic? Are you artistic? Forderung 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 Die Förderung von Mädchenbildung ist daher in Tansania von besonderer Bedeutung. The funding of girls education in Tanzania is therefore of particular importance. Impuls Stimulus Impuls Stimulus Impuls Aus einem plötzlichen Impuls heraus ging er hinaus. On a sudden impulse, he went out. On a sudden impulse, he went out. Planung Planning Plan Planning Plan Planning Plan Eine umfassende Planung mit allen Beteiligten ist gerade bei Groß-Events unersetzlich. Comprehensive planning with all parties involved is irreplaceable, especially at major events. Verdacht Verdacht Suspicion Suspicion Bin ich unter Verdacht? Am I under suspicion? Am I under suspicion? Am I under suspicion? Use Set in Use as an excuse Set in Zudem lassen sich Motordrehzahlen über eine Programmierschnittstelle vorgeben. In addition, motor speeds can be set via a programming interface. In addition, motor speeds can be set via a programming interface. Witz 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 Es begann als Witz, der außer Kontrolle geriet. It started as a joke that got out of hand. again laut Witz 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 Das была Witz Witz aus Witz Was Witz Witz b witz Witz Mangel Lack, Shortage, Defect Ein Mangel an Flexibilität ist ein Hindernis für Fortschritt. Lack of Flexibility is an obstacle to progress. Lack of Flexibility is an obstacle to progress. Ausführen Carry out, Perform Carry out, Perform Da er Chinesisch konnte, konnten wir den Plan reibungslos ausführen. His knowledge of Chinese enabled us to carry out our plans smoothly. His knowledge of Chinese enabled us to carry out our plans smoothly. == Analog == Analog 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 Die Messwerte werden analog oder digital an die Steuerung übertragen. The measured values are transmitted via analog or digitally to the controller. The measured values are transmitted via analog or digitally to the controller. befürchten fear Die Netzbetreiber befürchten, dass die Netze zusammenbrechen. Grid operators fear that the electricity grids could collapse under the strain. hinsichtlich Was ist ihre Meinung hinsichtlich der Angelegenheit? What's your opinion with regard to this matter? Katze Kat Ihre alte Katze lebt noch immer. Her old cat is still alive. === Äußere === Outer external Outer external Denn innere Einstellung und äußere Aufstellung sollten sich ergänzen. Because an inner attitude and the external image should complement each other. Because an inner attitude and the external image should complement each other. Halle 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 Diese Halle war voller Menschen. This hall was full of people. This hall was full of people. This hall was full of people. == Häufigkeit == == Frequency == Die Häufigkeit der Erdbeben in letzter Zeit ist unheimlich. The Frequency of Earthquakes Lately is Worrying. The frequency of earthquakes lately is worrying. – Kapital – Capital – Sie brauchen Kapital für eine geschäftliche Neugründung. – He needed capital to start a new business. – Revolution – Revolution – Die Revolution hat ihre eigenen Gesetze. – The Revolution has its own laws. – Zuordnen – Assign, classify – Assign, classify – Auch können Sie eine Bankverbindung manuell zuordnen je Zahlungsvorschlag. – You can also assign a house bank manually for each suggested payment. – You can also assign a house bank manually for each suggested payment. – Aussetzen – Suspend, expose, skip, sit out – Nicht direkt dem Sonnenlicht aussetzen oder überhitzen – Don't directly expose to the sunlight or superheat – Don't directly expose to the sunlight or superheat – Lohn – Wage – Pay – Reward – Wage – Pay – Reward – Der Lohn für dieses Ladendesign sind zwei international renommierte Auszeichnungen. – The reward for this shop design came in the form of two internationally acclaimed awards. – The reward for this shop design came in the form of two internationally acclaimed awards. – Vermögen – Assets, fortune, ability – Assets, fortune, ability – Er hat in seinem Leben ein großes Vermögen gemacht. He made a great fortune in his lifetime He made a great fortune in his lifetime Verwaltung Administration Administration Die Verwaltung trifft wichtige Entscheidungen The administration makes important decisions The administration makes important decisions Zumal Particularly, especially Zumal ich total gerne koche und leckeres genieße Especially since I really like cooking and enjoying tasty food Kohlenstoffdioxid Carbon dioxide Carbon dioxide Kohlenstoffdioxid und Wasser reagieren zu Kohlensäure Carbon dioxide and water react to carbonic acid Carbon dioxide and water react to carbonic acid He always keeps his room as neat as a pin He always keeps his room as neat as a pin Stoppen Stop Stop Stoppen Sie diese Frau Stop that woman Stop that woman Stop that man Stop that woman oma Casa Wunderless Если faی dat iko no g k that $200 Wenn er Ihren Rat gehört hätte, wäre es ihm gelungen. If he had received her advice, he would have succeeded. == Bewohner == Inhabitant, resident, occupant Ich bin ein Bewohner der Erde. I am an inhabitant of Earth. Gewöhnlich Ich gehe gewöhnlich um zehn ins Bett. I usually go to bed at ten. I usually go to bed at ten. Großartig Great, splendid, superb, terrific Great, splendid, superb, terrific Das sieht großartig aus It looks great It looks great Train, coach Train, coach Gleichzeitig trainieren wir Lernstrategien mit dir At the same time, we train learning strategies with you At the same time, we train learning strategies with you Variante Variant Variation Variant Variation Sie können auch benutzerdefinierte Variante Typen erstellen You can also create custom variant types You can also create custom variant types Medikament Medikament Medicine Drug Medicine Drug Dieses Medikament vertrage ich nicht pezifel This medicine does not agree with me This medicine does not agree with me Ring 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 Der Ring ist verflucht. The ring is cursed. Beliebig Any as you like. Die können beliebig viele Zwischenzustände annehmen. They can assume any number of intermediate states. HGB Commercial Code Commercial Code Dies gilt nicht im Anwendungsbereich des 354a HGB. This does not apply in the application area of 354a of the German Commercial Code, HGB. Versetzen Move Transfer Der Glaube kann Berge versetzen Faith can move mountains Verurteilen Condemn Condemn Wir verurteilen die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele. We condemn the use of violence for the implementation of political aims. We condemn the use of violence for the implementation of political aims. Vorjahr Previous year Previous year England musste sich wie im Vorjahr geschlagen geben. Just like in the previous year, England had to admit defeat. Just like in the previous year, England had to admit defeat. The body's own repair mechanism should be activated in a targeted manner. The body's own repair mechanism should be activated in a targeted manner. Kommune Municipality Local Authority Municipality Local Authority Hafen, Bootfahren und Angeln Eigersund Kommune Harbor, Boating and Fishing Eigersund Municipality Harbor, Boating and Fishing Eigersund Municipality Mord Murder Murder Mord ist gegen das Gesetz Mor sugar Moraine Gordon Mordes médéniat Colon Moraine acs esses 0 Oxuser 에서는 そう Externe Done kettle In einer zweiten Stufe wird das Schulungsprogramm auch extern angeboten. – In a second stage, the training program is also offered externally. – Partie – Game – Sie spielten eine Partiedame – They were playing a game of checkers – They were playing a game of checkers – – Stetig – Continuously, continuous, steadily – Continuously, continuous, steadily Ziel ist es, unsere Nachhaltigkeitsstrategie global stetig weiterzuentwickeln. Our goal is the continuous global development of our sustainability strategy. Our goal is the continuous global development of our sustainability strategy. Dumm. Stupid. Es wäre dumm, ja zu sagen. It would be stupid to say yes. It would be stupid to say yes. Erwidern. Reply. Reply. Jawohl. Erwiderte Maria entschlossen. Yes, replied Mary decisively. Yes, replied Mary decisively. Identität. Identity. 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 Die Eulersche Identität ist wirklich bemerkenswert. Euler's Identity really is remarkable. Euler's Identity really is remarkable. Euler's Identity really is remarkable. Euler's Identity. Euler's Identity. Euler's Identity. Erwiderte. Strock. Euler's Identity. Floor. Stick. Floor. Floor. Im vierten Stock gibt es kein warmes Wasser. Aber im Erdgeschoss schon. – There's no hot water on the fifth floor, but there is on the ground floor. – Gefäß – Vessel – Mit dem konzipierten Gefäß kannst du mehrere Aufgüsse wagen. – With the double-walled vessel you can dare to make several infusions. – With the double-walled vessel you can dare to make several infusions. – Atmen – Atmen – Atmen – Breathe – Breathe – Sie können ihm jedoch mit einer Maschine beim Atmen helfen. – However, they can help him breathe with a machine. – However, they can help him breathe with a machine. – Milch – Milch – Es ist nur noch wenig Milch da. – There's only a little milk left. – Tiefe – Tiefe – Depth – Depth – Wir haben die Tiefe des Flusses gemessen. – We measured the depth of the river. – We measured the depth of the river. Unternehmen Undertake, do, take action Sie unternehmen viele Dinge zusammen They do many things together Moral Moral Ist es moralisch verwerflich, Fleisch zu essen? Is eating meat morally wrong? Selbe Same Der Schmerz ist ungefähr derselbe The pain's about the same Stärken Strengthen Strengthen Beziehungen stärken, egal wo, egal wann Strengthen relationships, no matter where, no matter when Millimeter 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 Wenige Millimeter reichen zum Lösen und Festschrauben Just a few millimeters of space are sufficient for loosening and tightening screws Screws Just a few millimeters of space are sufficient for loosening and tightening screws FDP FDP CDU, CSU und FDP gehen nach mehrwöchigen, langwierigen Verhandlungen einer Regierungskoalition ein After weeks of laborious negotiations, CDU, CSU und FDP join to form a governing coalition Konsument Consumer Consumer Jeder Konsument könne und solle hier verantwortungsvoll entscheiden Here, every consumer can and should make responsible decisions Here, every consumer can and should make responsible decisions Reform 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 Die demokratische Partei bedarf einer umfassenden Reform The Democratic Party needs major reform The Democratic Party needs major reform Reform Richter Judge 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 Der Richter kam zu dem Schluss, dass der Gefangene unschuldig sei The judge concluded that the prisoner was innocent The judge concluded that the prisoner was innocent verwandeln Transform Frösche verwandeln sich nur in Märchen in Prinzen. Frogs turn into Princes only in fairy tales. Streiten Manche Paare streiten sich über unbedeutende Angelegenheiten. Some couples argue over minor issues. Widmen Dedicate Ich möchte dieses Lied Maria widmen, der schönsten Frau auf der Welt. I want to dedicate this song to Mary, the most beautiful woman in the world. Bereitstellen Provide Put on Provide Put on Wer wird für die Risikoanlage Kapital bereitstellen? Who will provide capital for the venture? Hinterlassen Leave 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 Hinterlassen Sie Ihre Nachricht, nachdem Sie den Piepton gehört haben. Leave your message after hearing the beep Analysieren Analyse 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 Multiple Data Sources To do this we link, fuse and analyze multiple data sources. Gipfel Peak Summit Peak Summit Peak Summit The Peak Rises Above the Clouds 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 Nachteil Disadvantage inner Vorteil hat seinen Nachteil. Every advantage has its disadvantage Every advantage has its disadvantage vs. 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 Die Grafik unten zeigt die Beschleunigung vs. Zeit The graph showing acceleration vs. time can be seen below The graph showing acceleration vs. time can be seen below Vertraut Die Motive scheinen vertraut und zugleich fremd The motifs seem familiar and alien at the same time Baby Das Baby braucht seine Mutter The baby needs its mother The baby needs its mother Sitzung Meeting Session Meeting Session Die Sitzung war fast zu Ende The meeting was just about over The meeting was just about over Sportlich Athletic Athletic Bist du sportlich Are you athletic? Are you athletic? Are you athletic? Wärme ist eine Energieform. Heat is a form of energy. Ein flexibler Check-in ist eventuell möglich. Flexible Check-in may be possible depending on the circumstances. Gemeinschaft Community Die Liebe zur Gemeinschaft ist mir wichtiger als Geld. The love of the community is more important to me than money. The love of the community is more important to me than money. Meet. Get to know. Meet. Get to know. Meet. Get to know. Meet. Get to know. Get to know a new life. Run marathon. Unternehmer Entrepreneur. Employer. Entrepreneur. Employer. Der Unternehmer engagiert sich vielfältig kulturell und sozial. The entrepreneur is involved in a variety of cultural and social projects. Dienstleistung. Service. Service. Wir behalten uns das Recht vor, eine Dienstleistung zu verweigern. We reserve the right to refuse service. We reserve the right to refuse service. Intern. Internal. Internal. Die Unternehmen werden immer vernetzter . This is about total reinvention of how business is done, both internally and externally. Investor. 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 Erstens hängen diese vom Investor selbst ab. First off, it depends on the investor himself. First off, it depends on the investor himself. Periode. Period. 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 Welche Periode der Geschichte studierst du? Which period of history are you studying? Schriftlich. Written. Written. Ich möchte, dass alles, was Sie gerade gesagt haben, schriftlich im Vertrag festgehalten wird. Genetisch. 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 Deshalb gibt es nur minimale und unbedeutende genetisch bedingte Rassenunterschiede. Einwohner == Inhabitant == Brasilien hat fast 200 Millionen Einwohner. Brasil has almost 200 million inhabitants. Brasil has almost 200 million inhabitants. === Testen === Test Bei Interesse melde dich und wir testen uns gemeinsam an unsere Grenzen. If you are interested let me know and we test together on our borders. If you are interested let me know and we test together on our borders. Umgeben Surround Enclose Surround Enclose Da Japan vom Meer umgeben ist, hat es ein mildes Klima. Surrounded by the sea, Japan has a mild climate. Surrounded by the sea, Japan has a mild climate. Lebendig Living Lively Living Lively Jede Ähnlichkeit mit wirklichen Menschen, lebendig oder tot, ist reiner Zufall. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Waschen 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 Wasch Schneiden, waschen und föhnen bitte Hormon 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 Stress verursacht Ihrem Körper ein Hormon namens Cortisol-Freisetzung. Stress verursacht Ihrem Körper ein Hormon namens Cortisol-Freisetzung. Stress Stress causes your body to release a hormone called Cortisol- Stress causes your body to release a hormone called Cortisol- Lebensmittel Food Food Im Zelt sind keine Lebensmittel gestattet Don't bring food inside the tent Don't bring food inside the tent Zeile Line Eine Zeile für Kapitelnummer und Titel Use the same line for the chapter number and title Use the same line for the chapter number and title Belasten Load Load Burden Load Burden Außerdem belasten aufwendige Fertigungsverfahren und Einwegflaschen die Umwelt What is more, elaborate production methods and disposable bottles burden the environment What is more, elaborate production methods and disposable bottles burden the environment Braun Brown 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 Herr Braun ist Arzt Mr. Brown is a doctor Mr. Brown is a doctor Mr. Brown is a doctor Ehe Marriage Marriage Unsere Ehe ist am Ende Our marriage is over Our marriage is over Our marriage is over Passagier Passenger 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 Wie schütze ich einen kleinen Passagier How to protect a small passenger How to protect a small passenger Childhood Childhood Welche Farbe verbindest du mit deiner Kindheit What color do you associate with your childhood? What color do you associate with your childhood? Ungarn Hungary Hungary Ungarn liegt in Mitteleuropa Hungary is located in Central Europe Hungary is located in Central Europe Verbraucher Consumer China is the largest producer and consumer of coal in the world China is the largest producer and consumer of coal in the world Vielfalt Dieser Laden verkauft eine große Vielfalt an Blumen This shop sells a wide variety of flowers Entschuldigung Apology, excuse Apology, excuse Es gibt keine Entschuldigung für sein Verhalten There is no excuse for his behavior Flüstern Whisper Was flüstern die Bäume? What do the trees whisper? What do the trees whisper? Geradezu Downright Downright Yannis Plan, wie er Skura loswerden will, ist geradezu teuflisch Yannis Scheme to get rid of Skura is downright diabolical Yannis Scheme to get rid of Skura is downright diabolical Koalition Coalition Coalition Meinst du, es wird eine große Koalition geben? Do you think there'll be a grand coalition? Mischung Mixture, blend, combination Mixture, blend, combination Jede Meinung ist eine Mischung aus Wahrheit und Irrtum Every opinion is a mixture of truth and mistakes Every opinion is a mixture of truth and mistakes Zukunft Future Zukunftig wollen wir diese manuellen Eingriffe automatisieren In the future, we want to automate this manual intervention, too In the future, we want to automate this manual intervention, too === Erledigen === Settle – take care Settle – take care Können Sie das erledigen? Can you settle this? Die Existenz spiegelt sich im Bewusstsein. Geruch Smell Der Geruch ist angenehm. Herkommen Come here Ein respektvoller Junge würde herkommen und um Erlaubnis bitten. A respectful boy would come here and ask for my permission. Sitz Ich bin früh gegangen, um einen guten Sitz zu ergattern. I left early so I could get a good seat. Serie Er hat gerade eine interessante Serie von Artikeln veröffentlicht. He has just published an interesting series of articles. == Ahnen == Sense Suspect Sense Suspect Die meisten ahnen, dass diese Klischees so nicht stimmen können. Most suspect that these stereotypes cannot be true. Entfernung Distance Distance Die Entfernung von meinem zu deinem Haus beträgt zwei Kilometer. Stützen Stützen Die Stützen Bühne These pillars support the stage These pillars support the stage Wahrnehmung Perception Perception Wahrnehmung ist Wirklichkeit Perception is reality Perception is reality Liga Liga League Die Drehtür der Liga bleibt in Schwung. The revolving door of the league remains in swing. The revolving door of the league remains in swing. Schlaf Sleep Sleep Je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. The older you get, the less sleep you need. The older you get, the less sleep you need. Einschränken Restrict Reduce Restrict Reduce Reduce Er fühlt, dass das neue Gesetz seine Freiheit einschränken wird. He feels this new law will restrict his freedom. He feels this new law will restrict his freedom. Kette Chain Chain Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. A chain is no stronger than its weakest link A chain is no stronger than its weakest link Säure Acid Acid Strafe Punishment Penalty Punishment Penalty Die Strafe folgt auf dem Fuße. Punishment follows swiftly Punishment follows swiftly Punishment follows swiftly Punishment follows swiftly franzose frenchman french sind sie amerikaner oder franzose sind sie amerikaner oder französisch? konzert 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 der eintritt für das konzert kostet mehr als ein kinoeintritt the concert ticket costs more than the cinema ticket the concert ticket costs more than the cinema ticket kontext 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 der kontext ist wichtig kontext is important kontext is important transport transportation transportation herstellung, verkauf und transport von holz production, sale and transportation of timber abbauen reduce reduce dismantle reduce dismantle wir werden es spätestens ende juni abbauen we will dismantle it by the end of june at the latest we will dismantle it by the end of june at the latest anregen encourage suggest stimulate encourage suggest stimulate zur abkehr von der welt anregen encourage to the turning away from the world encourage to the turning away from the world aufwachsen grow up grow up Tiere sollen dort aufwachsen wo sie traditionell zu Hause sind animals should grow up there where they are traditionally at home animals should grow up there where they are traditionally at home control rule master control rule master selbst angel ernte schweißer beherrschen den speed up in kürzester Zeit island 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 gehörte zu Dänemark. Island belonged to Denmark. Island belonged to Denmark. Kreuz Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Motor Motor Engine Motor Engine Dieser Motor hat nicht genug Kraft. That motor doesn't have enough power. That motor doesn't have enough power. Sendung Broadcast 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 Share 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 Eine Aktie ist hingegen gänzlich emotionslos. A share, on the other hand, is completely free of emotion. A share, on the other hand, is completely free of emotion. höchstens At-most At-most Ihre Daten werden höchstens ein Jahr gespeichert. Your data are stored for at most one year. Trocken Dry Dry Sind meine Socken schon trocken? Are my socks dry already? Are my socks dry already? Ukraine 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 Die Ukraine hätte ihre Atomwaffen nicht entsorgen sollen. Ukraine shouldn't have disposed of its nuclear weapons. Ukraine shouldn't have disposed of its nuclear weapons. Wechselwirkung Interaction Interaction Einzelheiten zur schwachen Wechselwirkung können Sie bei Wikipedia finden. More detail on the weak interaction can be found on Wikipedia. More detail on the weak interaction can be found on Wikipedia. ische Für unsere internationalen Bibliothek parsley � Ebenda Ibidem, at the same place Beobachten des Wetters hinter dem Fenster der Beförderungsmittel und der Landschaft Ebenda Watching the weather behind the windshield and the countryside Ibidem Watching the weather behind the windshield and the countryside Ibidem Hoffentlich Hopefully 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 the summer will come soon Erwachsene Die adult Grown up Kinder und Erwachsene können gemeinsam malen A child and a grown up can paint together A child and a grown up can paint together Weltmeisterschaft WM World Championship World Championship World Championship Juan Manuel Fangio gewann damit seine vierte Weltmeisterschaft Juan Manuel Fangio won his fourth world championship on one of these cars zurückführen zurückführen World Championship This may attribute to minimal crime rates and low cost of living This may attribute to minimal crime rates and low cost of living year Bruttoinlandsprodukt Gross Domestic Das reale Bruttoinlandsprodukt berücksichtigt die Preisentwicklung. Real Gross Domestic Product considers the price development. Friedlich Peaceful Wie friedlich How peaceful Verkäufer Salesman Seller Der Verkäufer zeigte, wie man es benutzt. The salesman demonstrated how to use it. The salesman demonstrated how to use it. Vernünftig Sensible Reasonable Was Tom sagt, hört sich mir sehr vernünftig an. What Tom says sounds very sensible to me. What Tom says sounds very sensible to me. Matrix 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 Die Matrix bestand aus fünf Zeilen und sieben Spalten. The Matrix consisted of five rows and seven columns. The Matrix consisted of five rows and seven columns. Abholen Get, fetch, pick up Get, fetch, pick up Kannst du Tom abholen? Can you pick up Tom? Can you pick up Tom? Gegenwärtig Present Current Present Current Die Situation ist gegenwärtig weiterhin unbeständig. The current situation is, of course, still very fluid. The current situation is, of course, still very fluid. Organismus Organism Organism Dieser Organismus kann im Weltraum überleben. This organism can survive in outer space. This organism can survive in outer space. Ressource Resource Resource Wasser ist eine natürliche Ressource von größter Wichtigkeit. Water is a natural resource of vital importance. Water is a natural resource of vital importance. Trauen Many people do not trust the government. Many people do not trust the government. Many people do not trust the government. Over Role model Example Role model Example Du bist ein gutes Vorbild. Tom – You're a good role model, Tom – Vorlegen – Present – Provide – Produce – Present – Provide – Produce – Die Fahrzeughersteller werden den Behörden mehr Informationen hierüber vorlegen müssen. – Car manufacturers will be required to provide more information on this to the authorities. – Car manufacturers will be required to provide more information on this to the authorities. – Wahnsinnig! – Insane – Insane – Es ist wahnsinnig complex – It's insanely complex – It's insanely complex – Erstaunlich! – Astonishing – Astonishing – Lichtplanung bewirkt erstaunlich viel bei geringem Aufwand – Lightplanning can accomplish an astonishing amount with little effort – Lightplanning can accomplish an astonishing amount with little effort – Grinsen – Grin – Grin – Es kann grinsen und hat Sommersprossen – It can grin, and it has freckles – Koffer – Koffer – Suitcase – Emotional – Emotional – Emotional – Ich bin emotional ausgelaugt – I'm emotionally drained – I'm emotionally drained – Erstellen – Build, draw up, produce – Build, draw up, produce – To do so, you will analyze their requirements and draw up suitable proposals – To do so, you will analyze their requirements and draw up suitable proposals – 50 – 50 – 50 – 50 – Es waren weniger als 50 Dollar – It was less than $50 – It was less than $50 – The bullet found its mark – The bullet found its mark Rad – wheel Das Rad begann sich zu drehen. – Ausbauen – das Rad begann sich zu drehen. – Ausbauen – extend, expand, enlarge – vielleicht sollte ich den Speicher ausbauen. – Maybe I ought to expand the memory – Anzeigen – Report – Sue – Indicate – Show – Report – Sue – Indicate – Dein Pferd kann auch seufzen, was Gefühle der Erleichterung oder Entspannung anzeigen kann – Your horse can also sigh, which can indicate feelings of relief or relaxation. – Schwerpunkt – Focus – Main Emphasis – Center – Focus – Main Emphasis – Center – Der Schwerpunkt seines Vortrags lag auf der Rolle der sozialen Medien. – The main emphasis of his talk was on the role of social media. – Überzeugung – Conviction – Conviction – Weil Greentech für eine über viele Jahrzehnte gewachsene Überzeugung steht – Because Greentech stands for a conviction that has grown over several decades – Because Greentech stands for a conviction that has grown over several decades – Ableitung – Derivation – Der erste Teil hört sich wie eine Ableitung aus dem Altägyptischen an. – The first part sounds like a derivation of ancient Egyptian – The first part sounds like a derivation of ancient Egyptian – Aussteigen – Get off – Get out – Get off – Get out – Alle im Auto sagten, sie wollten aussteigen und sich die Beine vertreten. – Everyone in the car said they wanted to get out and stretch their legs. – Chromosom – Chromosom – Chromosom – Er konnte sein Chromosom dreimal anpassen. – He was able to adjust his Chromosom three times. – He was able to adjust his Chromosom three times. – Vergleichbar – Comparable – Comparable – Dennoch dürften die Themen insgesamt durchaus vergleichbar sein. – Nonetheless, the issues will probably be quite comparable overall. – Nonetheless, the issues will probably be quite comparable overall. –اذ간 – you – The issues – with her – There's two issues – Amn Untertitelung des ZDF, 2020